Gut, da wären wir wieder. Ich hab alle Materialien gesammelt, die ich brauche. Digi-Anschowie, Giant Meat, ne High-Speed-Disk und ne Black Trout. Das sollte die Mo-Yamon zufriedenstellen. Und ich musste einiges an Geld ausgeben, denn ich hab mir zwischendurch ja noch die Super- die Wunder-Angel von Shogun Gekumon geholt. Ist gar nicht so leicht zu kriegen, sag ich euch. Ihr braucht 300 Merit-Points und dazu müsst ihr schon relativ gute Karten holen. Normale Ultra-Level-Karten bringen so 30 Punkte, Champion-Level ungefähr 20 oder 10 und Rookie-Level dann 5. Und die übrigen 3, Vegemon, Nani-Mon, Sukamon und Nomemon, bringen alle nur eine. Die kriegt ihr auch öfter als jede andere Karte. Jeder andere Scheißdreck-Karte. Gut, ich hab jetzt also alles und kann los. You won't get me this time. Don't get crushed. I won't get crushed. Cause you are a... Motherfucker. Okay. Punch him in die Fresse, genau. Ach ja, ich hab, äh, ihm jetzt auch Dynamite-Kick draufgetan. Nee, nächster. Komm schon. Bam. Dynamite-Kick. Ein letzter. Und tot. Ha, ha, ha. 600 gekriegt. Ja. Damit muss ich mich wohl abspeisen lassen. Nein, zu dir wollte ich nicht. Zu seinen Freunden hier wollte ich. Ha, ich bin Moyamon. Ja. Auto-Belot. Black Trout. Gut. Black Trout. Ja. So, wer sich jetzt fragt, wo ich mein Giant Meat her hatte. Also das Hüftsteck. Ich hab in einem Turnier verloren. Digi-Anchorvi. So. Ich hab entschieden, ich geh zu deiner Stadt. Wir werden zusammenarbeiten. Richtig? Äh, okay. Moyamon, join Swiss City. Und beim Digimon ist es sowas von relativ scheißegal, ob es hier ist oder nicht. Gut, dann hauen wir jetzt ab. Und jetzt rede ich mal mit Angemon. Äh, Friedhöfe. Gut. Es hat mir gerade gesagt, auf dem Bergpanorama wird jemand sein, um mich da herauszufordern. Die Herausforderung nehme ich doch liebend gern an. Und dazu muss ich auf den Panorana... Pan... Panorana... Panorana... Ich begeb' mich einfach mal dahin. Nein. Stimmt, ich wollte ja in den Bordtunnel. So komme ich schneller hin. Tja, mein Moyamon muss leider noch mit dem Schlafen warten, bis ich dem Herausforderer irgendwie begegnet bin. Scheiße, das war in die Falschrichtung. Mein Orientierungssinn ist mal wieder so wie eine blanke Landkarte. Mega-Ton-Ponch... Bäm! Okay, ich hab auch was ausgekriegt, aber... Globo-Immon ist tot. So... Sind wir noch dieser Mud Frigemon? Ja... Das heißt, ich leg' mich hier schlafen. Save and go. Und jetzt... Immer noch Mud Frigemon. Naja, wir haben ja Zeit. Ich pausiere mal, bis ich dem Gegner begegnet bin. Okay, es ist inzwischen so eine Art Abendruhe. Und vorhin hab ich aus Versehen auf Wiederaufnahme geklickt, anstatt auf Digimon. Tut mir leid. Okay, wir haben späten Abend und machen wir mal seit jeder Zeit, während dem Abendrot, auftauchen. Wir müssen nur warten, dass der Zeiger ganz nach oben geht. Oh. Nein, immer noch nicht. Ich hab's nicht verpasst, ich hab jede Stunde nachgesehen. Ach ja. Okay, ja, schön. Es gibt eigentlich nichts zu sagen. Ich musste nur zwischendurch mal kämpfen, weil ich keine Camping-Witzes mehr da hatte und Monza E-Mann aufs Klo musste. Nicht wahr, du Stoppuppe? Wie kann eine Stoppuppe eigentlich aufs Klo müssen? Ja, ich bin ein Digimon. Ich bin ein Digimon. Ich stehe in meinem Digimon drin. Haha, ich würde ins Kistin passen. Na gut. Und jetzt? Nein. Und ich werde mich jetzt nicht schlafen legen. Tut mir leid, Monza E-Mann. Das musst du noch aushalten. Wie alt ist das überhaupt? 15. Wow. Wiegt 51. Ach du Scheiße. Also, ich weiß um den Herausforderer, dass er immer nur abends kommt. Und niemals am Mittag oder Mitternacht. Da war ich nämlich da. Außer Mitternacht. Komm schon, 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 komm, komm schon. Scheißviecher. Es ist ja unheimlich spannend, der Sprechblase von dem Video zu sehen. Ich glaube, ich trinke mir einen Schluck, Fanta. Jetzt ist es schon ein verdammt später Abend. Ihr Scheißwicher! Ah! Wisst ihr, warte, ich beende den Part hier. Ich brauche noch nicht die Ewigkeit, damit zu verbringen, nach Marmemon. Ja, es heißt, es ist Marmemon, das warten würde. Ich brauche auch die Ewigkeit nicht, damit zu verbringen, auf Marmemon zu warten. Also, das finde ich, das ist nicht so mein Ding. Okay, dieses eine Mal noch. Ist es da? Nein! Das heißt für mich, ab in die Stadt. Und dort schläft mein Digimon dann. Gut, hier werde ich dann beim nächsten Mal weitermachen. Geh kurz schlafen, speichern ab und... See ya! I jullie für dich dich schlafen. Doe undР Aber am Schluss. Danke. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.